Ja? Schönen guten Morgen. Guten Tag. Ja, aus Bayern. Ja, den Herrn Orenzo hätte ich gerne gesprochen. Ich dachte ja eigentlich, ich habe seine Durchwahl, aber nee, jetzt muss ich mich verbinden lassen. Ach, das ist süß. Danke von Ihnen. Ja. Ja? Kein Problem. Ja. Ja, wissen Sie, ach, das passt gar nicht. Ich sage es Ihnen jetzt gleich mal. Ich habe eine super Story für den. Super. Das kannst du ganz groß rausbringen, auf jede Frontseite. So von der Hübschen, zusammen mit diesem Journalisten zusammen. Ich sage dir, das ist weltweit, das wird der Bringer. Ja, da kannst du doch mal was bringen. Oh, ho, ho, ja. Ja, das ist eine ganz tolle Geschichte. Mhm. Ja. Und da kommst du dann richtig, sag ihm das. Komm da richtig groß raus damit. Machst du eine Cover-Story und eine Love-Story oder machst alles. Ja. Da muss ich jetzt mal gerade gucken. Warte mal, ich muss mal kurz die Brille aufsetzen, aber die habe ich jetzt gerade nicht dabei. Ja, nee, die Brille ist gerade weg. Ach je. Nee. Ja, sag ihm das mal. Wir können dann später nochmal telefonieren. Später. Können wir nochmal telefonieren. Kein Problem. Ja. Dann zusammen telefonieren. Ja.